Hello my friends and welcome back to this bullshit here. Ich weiß nicht was passiert, ich schicke euch einfach direkt rein, laber nicht rum und let's go. Ähm, ja, äh, letztens nachdem wir so ein Hacker-Game gehabt haben, hab ich jetzt das hier gefunden, wo wir ein bisschen Probleme bekommen werden, weil wir gegen Ren und Nemesis anscheinend gleichzeitig ran müssen, okay. Äh, ich lasse euch mal in Ruhe, ich mach kurz meinen Rift, äh, dann beruhigt euch mal ein bisschen. Äh, was passiert hier in letzter Zeit? Wirklich, ich wollte eigentlich nicht mal aufnehmen, ich wollte einfach nur chillig ein bisschen dadeln, ein bisschen allein spielen, nicht, nicht talken oder so und dann passiert sowas. Dann kommt einfach Nemesis mit Rin an. Nemesis mit Rin. Ja, ich geh jetzt mal ins Basement, macht ihr hier, was ihr nicht lassen könnt, weil ich mach grad diese Rift-Challenges, ich mach grad generell ein paar Challenges für das Rift halt und, ja, dann gucken wir direkt wieder hoch und gucken wir mal, was, äh, was da abgeht. Wie funktioniert das überhaupt? Ich dachte, ich, also ich hab das schon mal gesehen, dass das jemand gemacht hat, aber ich dachte immer, das wären Private Lobbys, wo man das halt so einstellen kann, aber ich spiele hier eine normale Partie einfach. Eine normale Partie, wie hochdeutsch ist denn das bitte? Hä, was, was soll das? Was, was, was passiert hier? Darf ich mir das Tote machen oder ist das ein bisschen doof für euch? Oh. Hallo? Was, 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 was passiert hier? Hä? Was? Ey, ich hab erst letztens nen Hacker gehabt und jetzt bekomm ich das hier. Warte, warum sind die anderen zwei esk- Warum bin ich jetzt der Einzige hankt? Warum sterbe ich jetzt als Einziger? Was? Wie sind die anderen zwei rausgekommen? Was? Was? Warum bin ich jetzt als... Ich hab gen... Hä? Es sind noch fünf Generatoren, die anderen zwei sind raus. Ich sterbe. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Was? Was? Was ist gerade passiert? Okay, okay. Ich schalte eigentlich nicht gerne rein in meinen Videos, aber... What the fuck? What... Was... ...epening? Und warum... ...was I... ...the only one... ...who died? Hä? Die zwei Mates werden... ...gar nie angezeigt... Es wird nur... ...und I'm not even in the list of players that replaced me. Ah, okay. Okay, das waren zwei Cheater. Oh... Ich... Hä? Das ist ein Cheat? Das ist ein Cheat, wenn man das macht? Also, die zwei Survivor, mit denen ich gespielt hab, haben ein Survivor von mir genommen und als Killer reingemacht, damit wir zwei Killer haben. Hä? Wie geht das? Was... Was... Was passiert hier? Hä? Ich... Ich wollte wirklich einfach nur ein Chillic spielen. Ich wollte einfach nur ein paar Chillicons machen. Dann gehe ich in die Runde rein und sehe auf der Klippe, auf so einen kleinen Hügel halt einfach so, Rin und Nemesis stehen. Und die... Also, ich verstehe die ganze Runde nicht. Ich verstehe die ganze Runde nicht. Also, Kongo, Landwalker war ein Killer und Mozzarella war ein Killer. Swang in 9 Lut ist dann ein Cheater und der andere ist auch ein Cheater. Und die haben sich dann durchs Exitgate gecheatet? Al... Wa... Ja, okay, das... Ja, ist ein tolles Video, ich verstehe gar nichts mehr und ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag und ciao, Leute, what the fuck.